Erste Station von Popstars Mission Österreich ist das Land, wo der Weißwein und das Kernöl fließen, die Steiermark. Ein kleines Hündchen hat die gebellt, dass im schönsten Blumendorf der Steiermark ein ganz besonderes musikalisches Pflänzchen gedeihen soll. Ein wenig kratzbürstig vielleicht, aber doch mit genügend musikalischem Substral aufgezogen, dass sich Hobbygärtner die gern selbst von ihrer Qualität überzeugen möchte. Hallo, ich bin die Janine, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Volzberg, aus dem wunderschönen Volzberg. Und ich will Popstar werden, weil ich anders bin als manche anderen, weil ich gern auffuhe und weil ich es euch alle da draußen einmal so richtig zeigen will. Na bitte, drei Gründe für eine Karriere als Popstar. Ich habe schon sehr früh angefangen mit der Musik. Also mit 13 ich war im Chor, ich war beim Kiddy Contest. Mit 16 dann habe ich einen Plattenvertrag gekriegt über Wien und eine eigene Band habe ich auch. Super! Also meine Familie ist ein bisschen lässig, kann man so sagen. Meine Mama spielt in einer vorigen Metalband und ich und meine Mama singen auch oft zusammen richtig schräge Sachen mit Schreien und was weiß ich alles. Also wenn ich mit der Janine auf der Bühne stehe, dann ist das für mich ein ganz besonderer Moment, weil da geht es ab. Also sie geht total ab und das taugt mir und da zieht sie mich total immer mit und das taugt mich. Das Gas ist ja bekanntlich rechts und wer bremst, verliert. Zumindest ist das im Straßenverkehr so. Bei Popstars ist das anders, da hat die immer Vorrang. Ich bin jetzt in Freudsberg und gehe zu einem Mädchen, das heißt Janine. Und ich habe gehört, die soll ganz fantastisch sein, eine super Performerin und Sängerin im Hardrock-Metal-Bereich. Und gleichzeitig mega Popstars-Fan. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich die Kandidaten besuche, wenn ich sie überrasche, dann wirkt es vielleicht etwas verwunderlich, dass die mich zwar sehen, aber in ihrer Sache sofort weitermachen. Und das ist dieser Sekundenschock, der in sie hineinfährt, bis sie dann irgendwann feststellen, dass ich es wirklich bin. Ich war total überrascht. Das wäre das Letzte, was ich mir erwartet heute. Ich habe nur gesehen, auf einmal gerade ein Tier und denke ich, das ist er jetzt. Was tut er da? Ich meine, okay, auf einmal in Zwischenzug zum Reißen angefangen. Oh Gott. Ich bin hier, um zu schauen, ob ich dich einladen kann zu Popstar. Was soll ich da jetzt sagen? Ich bin gerade von nervös. Es ist ein bisschen überraschend jetzt gekommen, also mit denen habe ich nicht geregnet. Jetzt auf die Schnelle. Ja, ja. Bist du okay irgendwie jetzt, oder? Du singst jetzt ganz alleine eine fantastische Ballade, mit der du mir beweist, dass du nicht, warte, hör mir zu Ende zu, mit der du mir beweist, dass du nicht nur Hardrock singen kannst, sondern auch sehr gefühlvoll. Okay, und danach kann ich entscheiden, ob du es Sinn hat. Okay. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich was ich noch singen kann. Bei Balladen. Mhm. Okay. To be afraid of what you have. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you back, fast, and you can't ... Scheiße. Ja. So ging was. Ich wollte jetzt gerade nicht sein. Das ist schlecht, Janine. Amazing Grace. Ich brauche von dir ... Das, was ich gesehen habe, als ich reingekommen bin, das machst du jeden Tag. Ich will eine Ballade. Mir ist egal, welche Ballade. Ich will sehen, welche Emotionen du rüberbringst. Ich habe gerade gedacht, was verliert, was verliert. Ich habe schon eins. Ein vieles zu hören. And I said, hey, hey. Hey. I said, hey, what's going on? Du rastest nicht aus, wenn du deine Heavy Metal Nummern machst, dann rastest du aus, dann kommt alles raus, dann machst du auf. Und jetzt singst du so, and I say hey. Ich denke, du willst, also ist es ernst, dass du Popstar werden willst oder ist es nur so eine Flause? Ja, das ist jetzt nur, weil ich ein bisschen nervös bin. In fünf Minuten bin ich weg, Janine. Dann haben wir uns mal kennengelernt und nehmen uns danach im Arm und sagen, okay, hat nicht funktioniert. Und dann fahre ich wieder los und suche die nächste. Oder ich kann dir sagen, okay, du kommst mit. Es liegt an dir, weißt du, du musst jetzt abliefern. Ich weiß es, dass ich es kann, ich kann es, da bin ich überzeugt davon. Mehr, mehr! Und jetzt mach auf, es muss hier halt. Und jetzt mach auf, jetzt alles. Und jetzt mach auf, jetzt alles. Ich würde mir das jetzt vorwünschen, dass ich in den Recall komme. Einfach, dass ich dabei bin. Ich weiß es nicht. Egal. Alles Gute. Tschüssi. Mich hat es auch gefreut. Bis dann, Janine. Aber wenn wir jetzt weiter sind, ihr habt ja gesehen. Mach uns mal hier sehen, weißt du. Ja, cool. Ich bin ja ganz netter, oder? Ich bin ja voll. Tschüssi, alles Gute. Ich muss ja nichts mehr. Janine! Aber seid pünktlich in Wien beim Recall, okay? Das ist das Beste, was mir bis jetzt passiert ist. Ein Wahnsinn. Und ich freue mich schon so drauf. Dass ich dort aus wie vor nach Wien, Recall, dass ich da mal wirklich dabei bin. Dass ich das mal erleben kann. Das ist ein Wahnsinn. Janine ist glücklich. Die Mama ist glücklich. Volzberg ist glücklich. Und die, die ist noch ein wenig skeptisch. Janine ist eine Sängerin, von der will man sehen, ob sie es schafft, sich zu entwickeln. Und das ist der Grund, dass ich sie eingeladen habe zum Recall. Denn ich will sehen, wie weit kann sie gehen. Sie muss mir beweisen, dass sie auch Pop singen kann. Denn die Sendung heißt nicht Metal Stars, sondern Pop Stars. Mhm. Ja. Ja.